Ich bin ja jetzt schon fast am Stiefen ey. Ja. Oh Hause! Vergiss es, den kriegst du nicht. Warte, warte. Oh Junge, lass zusammenbleiben, Alter. Wenn ich hier gleich so'n krasser Mongols und Waldlifft bin ich auch weg, ey. Wo bist du, Alter? Oh Junge, hier ist ja noch so'n Teich, wo die Fisch respawnen, ey. Ist das geil. Dann könnte man hier drumherum ja auch auf jeden Fall diese Lagerstätten bauen, ne? Ja. Wenn die Eingeborene da nicht dran liegen haben, könnte man ja mal testen. Genug Ressourcen haben wir ja. Ey, die fressen nur Fußpilze. Wow. Von Menschen, ja. Dein Stern, der den Armen trägt. Boah, die Gema meldet sich. Hä denn, das ist ein Schiff. Echt jetzt? Ja, hier hinten ist ein Schiff. Oh Junge. Und hier ist ein Imber eingeborener. Ich hab den Speer geworfen. Alter. Alter. Ich hab den Speer geworfen. Ich weiß nicht wo der ist, ich weiß nicht wo der ist. Finde ihn. Ich hab den. Oh Mann. Ich bin auch präsentiert dafür Waffen wegzuschmeißen, ne? Ja, irgendwie schon. Da ist er. Da ist er. Ach, nicht ruckeln. Da. Ist der tot? Ja. Vor allem, ich hab den noch nicht mal getroffen, ne? Ich, ich, voll lab. Hier lag irgendwo jetzt ein Zahn. Den Zahn und ich haben. Hm. Katsching. Egal, komm. Finde ist nicht mehr. Ja, den brauchen wir nicht. Hier sind wieder Koffer. Ich rüsse mal kurz die Axt aus, Alter. Da ist ein Grab. Oh. Da liegt ne Kassette, Alter. Hier sind Bilder, die man sich angucken kann. Vom Schiff, Alter. Oh nee. Kassette? Also kann man hier auch irgendwie abhören. Ich will auf das Schiff. Aber lass uns erst mal die Koffer auf. Wir haben, wir haben, ach nee, wir haben nicht. Wir haben keinen Kassettenrekorder. Schade. Nee. Hier ist Alkohol. Hier ist ein Laptop. Finde ich gut. Erstmal mal meine Grafikkarte besorgen. Warum ist das eigentlich in diesen pinken Koffern, Köffern, äh, zweimal, Klebeband und Tuch drin, Alter. Wer weiß. Vielleicht war das irgendwie hier so ein... Pädophiler... Der ab und zu mal... ...bisschen eskaliert, dass er sich neues Futter besorgen musste. Keine Ahnung. Dann hat er es auch verdient, dass er gestorben ist. Wow. Bist du schon am rüber-sweppen? Ich versuche. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mehr untergehe als alles andere. Ja, was soll ich mal was für eine Partikel sind, die da in dem Wasser sind, ne? Ja. Ich habe ein bisschen Angst, Alter. Ach, keine Sorge. Ich habe mit dem Haien den Deal abgeschossen, dass er dich als erstes nimmt. Also ich sage dem Bescheid, was im Boot ist. Nice. Oh, hier liegt ein Magazin. Pornos? Jacht. Boah, ich habe diesen Musik, wenn man irgendwas aufnimmt, ne? Ähm. Oh, was? Hier sind Münzen. Was? Missing. Okay, krass. Was ist das denn? Was ist das für Konstruktionen hier auf dem Papier? Guck dir das mal an, Alter. Alter, hier ist Chili-Soße. Wie Chili-Soße? Da hinten in der Küche liegt Chili-Soße. Und da ist noch ein Foto. Boah, was ich super kennen kann, weil es dunkel wird. Hier ist irgendwas, das sieht aus wie Gasflaschen. Druckluftflasche. Ähm, was ist das? Ich gehe mal kurz jodeln, Alter. Jodeln? Hier kommen wir, hier ist verschlossen, aber hier kommen wir theoretisch rein. Ich habe einen Kassettenrekorder und eine Kassette, hey. Ja, warte, 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 warte. Hier können wir speichern. Hier können wir die Nacht aussetzen, Alter. Wie fett ist das denn? Wo ist Kassettenrekorder? Ich schlafe hier nicht. Ich schlafe nicht, wenn hier der Free Willi da auch um den Tisch liegt, Alter. Und eine Bibel liegt hier rum. Das heißt, ich will sowieso anfangen zu brennen, wenn ich schlafe. Lass mal gerade speichern, oder? Können wir machen. C. Ja, ich kriege hier einfach einen Blackstream und keine Bestätigung. Geiles Spiel, danke. Ja, du bist auch nicht der Horst. Ich bin kein Horst, nein. Wo ist denn der Kassettenrekorder? Hier, auf dem Dingensen. Was, ich sehe nichts. Hast du das vielleicht schon? Nein. Achso, die Kassette, ja. Oder Kassettenrekorder tatsächlich. Ja, da lag beides. Das nimmst du mit einem Mal auf. Kassettenspieler stellt Energie wieder her, what the fuck? Ähm, guck mal hier. Alter, hier ist auch noch. Ja, hier habe ich schon aufgesammelt. Da ist ein Schädel auf dem Tisch. Oh, scheiße. So, hier ist irgendwas, was wir knacken können hinterher. Mit einer Keycard oder sowas. Ich habe so das Gefühl, dass wir... Leute, hier ist ein Rucksack gewesen hier oben. Hier oben. Wo? Hier, hier oben. Da war ein Rucksack. Guck mal kurz. Rucksack, Rucksack, Rucksack. Lol, Seil. Ich habe tausend Sachen im Mittag. Ich merke, wie du gerade eskalierst, Alter. Ich habe Seile aufgenommen. Ich habe eine ganze Armee von Schokoriegeln aufgenommen eben. Ja, hier ist auch ein Seil. Aufgenommen, Seil. Aufgenommen. Okay, wir können nicht so viele Seile nehmen. Ja. Die Saunseile. Ja, super. Ich lasse alle Seile hier droppen. Ja, lass mal die Seile droppen, Alter. Lass uns schnell wieder zurück an Land, ja. Ich weiß, diese Teile nicht nachts aktiv. Ja, also morgen früh ist klar, ne? Dann hast du eine Narbe dabei, deine Niere war vorher. Ich tue dir auch was Gutes damit, Alter. Hast du übrigens eine Ahnung, wo es dir nach Hause geht? Ja. Ich sehe den... Ich sehe das Symbol davon. Wir steuern da quasi direkt auf zu, was das Schwimmen angeht. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach weiter, oder? Ja. Ja, ich trinke... Siehst du links diesen glitzernden Stein da? Ja. Sollen wir da mal hingehen? Ja, aber ich steuere trotzdem erstmal Richtung Strand und laufe dann ein. Oh, es wird kalt. Ja, es ist das und Haie. Oh, es ist sehr kalt. Diesen Koffer. Chaka. Ich muss erstmal aus essen. Ach, nice. Die kriegen Besuch. Die kriegen Besuch? Ja. Ich habe schon den Schrei gehört von, äh... Ombus, Dombus. Vielleicht besuchen die ja nur durch. Ich merke das schon. Habe ich jetzt auch noch. Ja, hier sind Schildkröten. Sollen wir wieder eine Schildkröte jeweils mitnehmen? Ich habe noch einen Panzer. Ah, das ist jetzt. Ja, habe ich auch. Und ich kann nur einen mitnehmen. Oh, das ist ja nichts weiter als ein Wasserfall. Oh, fuck! Sind das viele! Ey! Sollen wir mal schnell eben ein Dingenschen bauen? Ein Lagerfeuer. Please, please give me Deckung. Wo hast du denn das vorhin geplatziert? Ich mache das da hinten, wo die toten Wade liegen, weil da ist auch irgendwie Holz. Ist das da hier? Ist egal. Die sind tot, also interessiert es keinen mehr. Ja doch, weil ich will nämlich den Kopf davon mitnehmen. Wow! Ja, als Trophäe. Ich will den aufhängen. So. Ich hole Steine. Ja. Und Stöcke. Stöcke! Können wir das Kreuz nicht nehmen? Das sind doch Stöcke. Oh, shit, alter. Ich muss gleich erstmal bei mir das große Licht ausmachen, sonst sehe ich ja nichts, wa? Ich sehe nichts. Ja. Ja, der Wald ist mir zu creepy, ich hau ab. Ja, es hat gereicht. Wir machen das synchron. Wie geil ist das denn? So, jetzt rüssten wir wieder den Speer aus und wenn jetzt einer meint, der müsste aufmucken. Auf die Fresse. Komplett direkt. Warte, ich hole mal gerade die Leiche dahinten und leg die mal ins Feuer. Wir hätten aber im Schiff quasi die Nacht überspringen können, ne? Das wäre ja langweilig. Ja, aber sicher. Wir müssen was trinken. Hast du was zu trinken dabei? Ich habe eine Soda und Alkohol. Komm, Gib ihn. Trinken. Aber das gibt ja gar nicht so viel wieder, also muss ich mehr trinken. Ne, ich will den essen, nicht damit hauen, alter. Warte, wie viel... Zeug ich habe. Du lässt gerade Sachen droppen und zwar jede Menge Fleisch. Ja, das ist aber, ähm, Dingsfleisch. Was? Druckluftflaschen füllt das Tauchgerät auf. Äh, was? Ist das abgelaufenes Fleisch hier? Ja. Aaaaaaah, Junge. Sorry. Kann ich halt voll nicht füllen. Wollen wir nochmal am Strand lang hier? Du siehst ja das Symbol von zu Hause, ne? Weil ich sehe es nicht. Ich würde hier langlaufen, wo ich jetzt hingucke. Weil unbekanntes Gebiet, ja, wo wir hinlaufen, das ist ja wieder... Das könnte ja eine Ecke sein, die wir schon kennen. Das ist ja langweilig. Sollen wir am Strand lang? Weil durch den Wald ist, äh... Ja, ich bin nur so lange, solange es noch nicht hell ist, äh, können wir gerne am Strand vorbeilaufen. Okay. Mal gucken, ob wir wieder auf so'n Mob treffen. Wir haben ja jetzt unsere Mega-Stäbe hier. Jetzt kommst beim nächsten Kampf zerbrechen die, Alter. Mhm. Dann mach ich den in den Bus 2000, aber direkt in der Hand. So, ich glaub, hier müssen wir mal hoch. Wenn wir da hoch kommen. Wie kommen wir da nicht hoch? Was seht ihr, du spächtige Leute und nicht, äh, Kyle Quain, Alter. Ah. Ja. Hier geht's halbwegs. Boah, der läuft auch rum. Hm? Ich hab grad gesehen, dass ich mich da abgepackt habe und du da ist ausgerufen. Ja. Na warte auf mich, ich muss Energie auffüllen. Aber wir haben den Plattenspiel, äh, wir haben diesen Kassettenspieler. Dann werden wir gleich wieder im Lager sein, würde ich sagen, wir hören uns die gleichzeitig an. Ja. Die Kassetten, die wir da haben. Das klingt nach einem Plan. Ich bin ja jetzt schon gespannt, was da abgeht, Alter. Was ist das denn hier? Okay, nicht runterfallen. Das sieht interessant aus. Die hätten das nicht The Forest nennen sollen, sondern The Island, ja. Hast du eingestellt, filmen The Forest mal gesehen? Nein. Guck dir den mal an, Alter. Voll geil. So voll creepy as fuck, danach willst du nie wieder alleine durch den Wald laufen. Das will ich jetzt schon nicht. Warum nicht? Junge. Weißt du was das witzige ist? Man hat ja eigentlich gar nicht Angst alleine durch den Wald zu laufen, sondern man hat Angst, dass man nicht alleine ist. Ja, ja, weil man alleine ist. Ja, ja, weil man alleine ist. Man hat Angst, dass man nicht alleine ist. Ich gebe dir gleich. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Entdeck mich mal kurz, weil ich muss noch das große Licht aufmachen, sonst sehe ich nichts. Ja, tu das. Ja, tu das. Nee, nee. Ich höre so gut wie nie, was auch deine Katzen oder sonst was. Na gut, ich habe das ja auch so, wenn ich jetzt mein Mikrofon jetzt quasi... Hörst du mich jetzt noch? Ja. Ja. Aber leise, ne? Ein bisschen leiser. Ja, das Mikrofon war gerade, keine Ahnung, 30 Zentimeter weg? Ja, das passte noch. Ja. Und jetzt sehe ich dann später was. Wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist? Ja, links genau, ja. Do you fucking get in me? Aber ich laufe hier wieder hoch, weil weiter runter kommen wir glaube ich nicht, ohne dass wir nicht wieder hochkommen. Doch, da geht es auch weiter links. Wollen wir das nicht tun? Ich glaube, das ist nicht so viel. Wir können es noch alles von oben... Ah, hier ist wieder zu Ende, ja. Hier ist wieder nur Klippe. Ah, okay. Wenn wir wieder so einen flachen Strand haben, da würde ich auf jeden Fall drauf rumlaufen, weil da werden ja Sachen und andere Sachen angespült. Ich muss wieder Energie tanken, weil der Typ, mit dem wir spielen, da ist nichts gewöhnt. Ja gut, wird halt ein Standard 0815 Amerika Burger sein, der irgendwie... Ja, obwohl, ne, dann wäre es so ein Lauf...